Willkommen zurück zu einer neuen Folge von StarCraft 2 Heart of the Swarm. Okay, wir schauen mal nach, was jetzt hier Zeratul von uns will. Okay, können wir nochmal drei Machtpunkte abstauben. Sehr gut. Würde ich dann gerne mal machen. Der Ur-Alte. Ein Ur-Zerg, der Zeuge der Erschaffung des Overminds war. Du willst, dass ich ihn aufwecke, oder? Wenn ihr wahrlich die Macht von Zerrus sucht, werdet ihr den Ur-Alten brauchen. Meine Königin, feindliche Ur-Zerg sammeln sich in der Nähe. Sie werden angreifen. Sie möchten euch davon abhalten, mit dem Ur-Alten zu reden? Was werdet ihr tun? Immer das, was meine Feinde am meisten fürchten. Ihr seid auf dem rechten Weg und braucht meine Führung nicht länger. Lebt wohl, Garrigan. Das ist also der Ur-Alte. Um diese Kreatur zu wecken, müssen wir ihr Nahrung zukommen lassen. Hier gibt es jede Menge Biomasse. Wir töten diese Quillgur und unsere Drohnen können das Fleisch ihrer Kadaver verwerten. Sobald die Drohne mit der Verwertung fertig ist, bringt sie die Biomasse zum Ur-Alten. Achtung, eine große Gruppe Flugeinheiten der Ur-Zerg macht sich bereit, den Schwarmcluster anzugreifen. Mortalisken wiederhergestellt. Bereit für deine Armee. Werden Wächter der Ur-Zerg vernichten. Streitkräfte der Ur-Zerg sammeln sich in der Nähe. Wahrscheinlich werden sie erneut angreifen. Sollen sie es nur versuchen. Ja, die kriegen wir schon irgendwie platt, hoffe ich. Ähm... Dieses rote Quillgur ist unser erstes Ziel. Legen wir los. Mhm. Und dann schauen wir mal. Bring das mal kurz weg. Dann gehst du da abbauen. Und du hast da auch mit abbauen. Ich glaube, so eine zweite Brutstätte wäre gar nicht mal so schlecht auf Dauer. Ähm, wir haben ja kein Zeitlimit im Moment. Von daher... Warten wir vielleicht mal ab. Ich meine, bisher geht das ja alles noch. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, ja. Wir brauchen mehr Mineralien. Dann, ja, genau. Entwickelt ihr euch mal ein bisschen. Wir bauen jetzt gleich noch eine Menge Mineralien ab. Hoffe ich zumindest mal. Ach, Schösslinge haben wir auch. Schön. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Ich glaube, ich sollte auch hier mal langsam auf, äh... Ah, Schösslinge gehen. Je nachdem, mit was die jetzt hier gleich angreifen. So, dich hätte ich gerne als Drohne. Und du baust mir jetzt mal direkt daneben dran einen zweiten Schwarmcluster hin. Wie süß. Ja, das kommt auch noch. Ja, gut, das haben wir auch gleich. Komm, 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 sammeln. Sehr schön. So, das wär das. Scheinbar greift doch noch niemand an. Dann holen wir uns noch ein paar Overlords ran. Einmal und... Zweimal. Das ist schön. Ach so. Das ist halt auch kein Akt. So, dann erstmal noch Upgrades hier reinhauen. Wir müssen diese Biomasse schnell einsammeln. Mutation abgeschlossen. Okay, das dauert eine Minute. Quilgor entdeckt. Wir müssen uns beeilen, wenn wir ihre Biomasse sichern wollen. Jetzt ruhen wir mal gerade das Zeug mit. Danke. Ja, ich glaube, wir sollten langsam auch mehr in der Armee zusammenbasteln. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Jawohl, ja. Da wäre eine seltene Kreatur. Komm, du mal hier. Lasst uns das hinter uns bringen. Der Schwarm schläft nie. Mhm. Wer hat dich gefragt? So, da haben wir noch ein Quilgor. Ja, können wir uns dann gleich mal holen. Ich spüre etwas in der Nähe. Urzerk. Aber es ist klein. Teich mit Ur-Essenz. Mächtige Sequenzen. Erreichen. Essenz absorbieren. Stärker werden. Okay. Nichts stellt sich mir in den Weg. Ich fühle mich stärker. Ist dies die Macht von der Ceratol-Sprach? Wahrscheinlich. Lass uns das hinter uns bringen. Wir haben nicht viel Zeit. Bloß jetzt. So, dann kommen wir jetzt mal dran. Äh, wo haben wir denn unsere Drohne? Da, komm, wir mal her. Ja, viel Spaß beim Abbauen. Wo wir gerade mal von Drohnen reden. Okay. Na dann. So, du kannst tatsächlich mal äh, noch ein Extrakter hinsetzen. Jaja, das kommt dann ja hoffentlich gleich auch noch. Was jetzt? Bisher macht ihr euch aber eigentlich ganz gut da unten. Ur-Zerg nähern sich. Unsere Drohne muss geschützt werden. Der gehört mir. Und ich hatte gedacht, dass deine Ur-Zerg eine Herausforderung darstellen würden. So, dann zerlegen wir euch doch mal gerade. Wir müssen sie aufhalten. Unsere Streitkräfte können ihre Stoßtruppen abfangen. Los jetzt. Dann mal ran. Weiter vorrücken. Quilgor-Biomasse wird angegriffen. Oh. Ja, gut. Vielleicht. Ja, gibt's da auch noch ein, quasi ein Auftrag oder eine Errungenschaft, wenn wir das halt schaffen. Die davon abzuhalten, hier irgendwas zu zerstören. Wollen wir denn die Drohne? Komm mal her. Ja. Knabber, knabber, knabber. So, ähm, wie wär's noch mit ein paar Zerglingen? Und vielleicht noch ein paar Scheusahle und so viel. Na gut. Erstmal. Später. Dünn später. Später. Die da abbauen. Unsere Streitkräfte wären angegriffen. Ja, ja. Wir machen das ja schon. Macht keine Gefangenen. Lasst uns das hinter uns bringen. Da kommt auch Schub. Sehr schön. Wir gerufen. Sehr gut. Wollen wir uns auch noch was zum Einsammeln? Ja. Und weiter geht's. Ja, ich glaub, ich soll doch hier ein bisschen auf die Upgrades mal wieder langsam drauf gehen. Aber baut ihr mal schön ab hier. Baut ihr erstmal schön ab. So, Drohne bringt das grad mal weg. Der Schwarm schläft nie. Deine Arroganz ist nicht annehmbar. Zeus wird dich verschlingen. Mhm. Weiter vorrücken. Schauen wir doch mal. Wir haben nicht viel Zeit. Diese Welt gehört mir. Bloß jetzt. So, schnappen wir jetzt das noch gerade. Nichts stellt sich mir in den Weg. Na, doch schon. Es wird halt platt gemacht. Die Uhrzerg greifen Quilgor-Biomasse an. Jawohl. So, dann zerlegt das vielleicht gerade mal bitte. Weiter vorrücken. Ja, das sollte passen. Hier kommt aber auch noch zurecht gut. Meine liebe Drohne. Dein Typ wird verlangt. Raus damit. Diese Welt gehört mir. So, ich kann ja hier schon mal ein bisschen mich umschauen. Nichts stellt sich mir in den Weg. Oh, guck mal. Kein Entkommen. Los jetzt. Wir haben nicht viel Zeit. Hier können wir weg. Lasst uns das hinter uns bringen. Können wir dich mitziehen? Wir sollten Einheiten erschaffen, die fliegende Einheiten angreifen können. Ja, haben wir ja. Wir können in der Brotstätte Königinnen erschaffen, um die gegnerischen Lufteinheiten auszuschalten. Der Schwarm schläft nie. Sehr schön. Das ist halt die Frage, wo haben wir denn? Ich brauche halt noch zwei von diesen Teilen. Nichts stellt sich mir in den Weg. Der Schwarm-Cluster wird angegriffen. Weiter vorrücken. Ähm, das ist halt etwas ungünstig. Aber euch haben wir ja gleich platt. Jawohl. Ja, die sind ja gerade in Produktion. Ich höre. Die sind ja gerade in Produktion. Du bist fertig. Gut. Nichts stellt sich mir in den Weg. Wo haben wir denn hier noch Biomasse? Sag mal. Der Schwarm schläft nie. Quilgor-Biomasse wird angegriffen. Wir haben nicht viel Zeit. So, sehr schön. Diese Welt gehört mir. Lasst uns das hinter uns bringen. Ich glaube, ich werde dann tatsächlich erst mal das Ganze ein bisschen durchsuchen. Und gucken, dass ich hier mal die... Organismus entdeckt. Funktion ähnlich Schwarmstock. Er schafft Uhrzeit. Auslösung empfohlen. Jawohl. Der Schwarm schläft nie. Das gibt aber keine Punkte, oder? Nee. Weiter vorrücken. Lasst uns das hinter uns bringen. Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel Zeit. Ich hätte das wirklich ganz gerne mal... Los jetzt. Nichts stellt sich mir in den Weg. ... ein paar... ... Punkte noch. Los jetzt. So. Der Schwarm schläft nie. Nichts stellt sich mir in den Weg. Hey, bleib doch mal da. Seltsame Triatur. Weiter vorrücken. Lass dich doch mal zerlegen. Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel Zeit. So, dann könnt ihr mal drauf gehen. Weiter vorrücken. Nichts stellt sich mir in den Weg. Ah, da haben wir noch mal eins. Sehr schön. Der Schwarm schläft nie. Lasst uns das hinter uns bringen. Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel Zeit. Scheiß, da unten dann noch irgendwo einer. Los jetzt. Lasst uns das hinter uns bringen. Raus damit. So, holen wir mal den Nachschub mit. Nichts stellt sich mir in den Weg. Und produzieren direkt mal nach. Wir brauchen mehr Overlords. Ja, ja. Wir brauchen mehr Overlords. So, wir sollten einfach gemütlich immer durchwuseln. Dann dürfen wir es ja gleich haben. Wir haben nicht viel Zeit. Nichts stellt sich mir in den Weg. So, meine Lieben. Wir haben nicht viel Zeit. Bevor die diese ausgelöscht werden. Rausstreitkräfte vernichten Quilgor-Biomasse. Lasst uns das hinter uns bringen. Okay, Krieg. Ja, sollte eigentlich noch reichen, oder? Obwohl, hier ist gerade eine ganze Menge los. Ähm. Dann kommt ihr doch mal gerade her. Und zerlegt das hier, bitte. Der Schwarm ist hungrig. So. Ah, gut. Sehr gut gemacht. Was haben wir noch? Ja, wir haben noch einige Flugeinheiten. Ich dachte gerade, dass es die schon jetzt ein bisschen zerlegt hat. Na, die können wir auch gar nicht angreifen. Lasst uns das hinter uns bringen. Wir haben nicht viel Zeit. Los jetzt. Hallo. Wir haben nicht viel Zeit. Ja. So, dann kommt mal mit. Nichts stellt sich mir in den Weg. Weiter vorrücken. Es wird ja langsam. Diese Welt gehört mir. Wie gesagt, ich hätte ganz gerne noch den letzten... Der Schwarm schläft nie. ...dings gefunden. Den letzten Teich gefunden. Los jetzt. Dann können wir auch die Sachen hier mal zu Ende bringen. Lasst uns das hinter uns bringen. Mh... Hier scheint nichts mehr zu sein. Hier unten auch nicht so wirkt. Doch... Wir haben nicht viel Zeit. Oh, hier war ich schon. Hier war ich schon. Da oben vielleicht noch. ...und so Schaltkräfte werden angegriffen. Nichts stellt sich mir in den Weg. Ja, ja. Dann zerlegen wir die noch. So. Unsere Schaltkräfte werden angegriffen. Ja, komm, das reicht. Nichts stellt sich mir in den Weg. Fröhliches Sterben. Wir haben nicht viel Zeit. Sehr gut. Lasst uns das hinter uns bringen. Vespin Geysir. Erschöpft. Na gut, dass wir davon zwei genommen haben. Wir sind dem Feind im Kampf begegnet. Ich höre. Ja, ist okay. Diese Welt gehört mir. Du musst jetzt nicht alleine platthauen. Der Schwarm schläft nie. Nichts stellt sich mir in den Weg. Wir sind dem Feind im Kampf begegnet. Los jetzt. Irgendwo hier. Ne, warte mal. Da wahrscheinlich irgendwo. Du kriegst das Ding ja auch alleine platt, wie es aussieht. Raus damit. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, sehr gut. Nichts stellt sich mir in den Weg. Dann könnt ihr schon mal aufräumen. Und dann geht Gary das einsammeln. Dann suchen wir uns die letzten... Der Schwarm schläft nie. Ja, quasi die letzten Dinger noch raus. Und sammeln die ein. So, da gab es einmal Biomasse. Der Schwarm ist hungrig. Du gehst da bitte mal hin. Ja, komm, wir hauen jetzt hier mal noch Upgrades raus. Ich meine, wir haben es ja. So, hier könnt ihr unten mal abbauen gehen. Theoretisch... Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Du hast meine Aufmerksamkeit. Der Schwarm schläft nie. So, jetzt sammle das bitte endlich mal ein. Oder hast du dich hier irgendwie... Du hast, glaube ich, da irgendwie festgepackt. Hab ich den Eindruck. So, dann hätten wir hier direkt wieder Nachschub. Ich glaube, die Drohne hat es ja dann zerlegt, oder? Wie es aussieht. Dann kannst du auch hier mal noch vielleicht was von sammeln. Was jetzt? Los jetzt. Diese Welt gehört mir. Lasst uns das hinter uns bringen. So, Carrikan kann das jetzt mal alles ein bisschen regeln hier. Man muss halt aufpassen. Nichts stellt sich mir in den Weg. Na, komm. Weiter vorrücken. Du bist gar nicht mal so schnell. Ich weiß nicht, wird sich das irgendwie noch... Äh, upgraden. Diese Welt gehört mir. Raus damit. Nichts stellt sich mir in den Weg. So, dann könnt ihr aufpassen. Du gehst das jetzt mal schnell einsammeln. Da haben wir das auch endlich mal geschafft. Hm. Der Schwarm schläft nie. Lasst uns das hinter uns bringen. Wir haben nicht viel Zeit. Diese Essenz ist so... Lebendig. Ich glaube, sie gefällt mir. Ja. Quilgor Biomasse wird angegriffen. Keiner darf überleben. Jawohl. Wird er auch nicht. Ich könnte eigentlich ein paar mehr Drohnen schon mal rausschicken hier. Da ist ja eh nicht mehr allzu viel. So, dann kannst du einfach mal da hingehen. Und du darfst direkt mal hier unten hin. Jawohl. Du bringst das zurück. Jawohl. Gut. Es ist gefährlich, mehr als einen Kadaver gleichzeitig zu verwerten. Die Uhrzerg werden unsere Drohnen angreifen. Boah, wir haben ja Leute da. Es wird ein Verderben sein. Wir haben die Hälfte der Biomasse gesammelt, die zur Erweckung des Uralten nötig ist. Nichts steht dem Schwarm im Weg. Welt erschöpft. Was jetzt? Raus damit. Raus damit. Wir haben nicht viel Zeit. Unsere Drohnen werden angegriffen. Im Feld erschöpft. Der Schwarm schläft nie. Okay. Also macht ihr hier gerade so ein bisschen Stress. Diese Welt gehört mir. Eine Drohne wird von Brax Streitkräften angegriffen. Weiter vorrücken. Ich höre. Okay. Ja, ich merke schon, dass es glaube ich doch nicht so sinnvoll gewesen ist. Weil ich müsste halt die Dings hier aufteilen. Gut, gut. Ich dachte, ich könnte jetzt mal ein bisschen was automatisch hier laufen lassen. Aber dem ist dann wohl nicht so. Gut, wir brauchen auch nur noch zwei. Dann geh du mal da hin. Du gehst jetzt mal dorthin. Die Urzark greifen Quilgore-Biomasse an. Ja. Du hast meine Aufmerksamkeit. Der Schwarm schlägt. Die Urzark greifen Quilgore-Biomasse an. Ach, jetzt greift ja auch gleichzeitig die hier an. Okay. Dann schauen wir doch mal. Wie das hier läuft. Und ich sehe schon, wir können langsam mal die Folge beenden. Ich glaube, wir brauchen hier doch noch ein bisschen länger. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Nichts stellt sich mir in den Weg.